Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Betrug, Warnung vor gefälschter Webseite Finanzmarktaufsicht.net. Aktuell ist die genannte Webseite bereits wieder abgeschaltet. Warum genau, das kann ich euch nicht sagen. Allerdings vom 22.06. gibt es einen Bericht von der BaFin, dass da wohl jemand versucht, die BaFin so ein kleines bisschen unter einem anderen Namen, also Finanzmarktaufsicht, nachzumachen oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht es hier einzig und allein wieder um Betrug. Die BaFin warnt Verbraucherinnen und Verbraucher vor der Webseite Finanzmarktaufsicht.net. Auf dieser wird euch angeboten, dass man euch dabei unterstützen möchte, euer Geld zurückzuerlangen, wenn ihr Opfer eines Betrugs geworden seid. Dazu sollten Verbraucher ihre persönlichen Daten hinterlassen. Tja, also vom Prinzip her wieder quasi eine neue Masche von den Trading-Abzockern. Vielleicht ein bisschen umfangreicher als sonst. Derzeit hatten wir noch keine Anrufe von dieser Firma. Die Webseite ist ja wie gesagt mittlerweile auch schon abgeschaltet, obwohl dieser Beitrag zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich dieses Video hier erstelle, quasi frisch ist. Da hat wohl jemand schnell gehandelt, was in der letzten Zeit oder generell grundsätzlich eigentlich selten so ist. Vielleicht gab es auch genug Beschwerden oder die Firma ist mittlerweile schon satt. Weiß man nicht genau. Es handelt sich hierbei um einen Betrugsversuch. Die BaFin empfiehlt sich keinesfalls auf dieses Hilfsangebot einzulassen. Und keine Logindaten, Passwörter, Kreditkartennummern, Kontoverbindungen oder ähnliche Daten herauszugeben. Ja gut, das sagt nicht nur die BaFin, das sage ich euch ja auch hier in gefühlt jedem Video, dass ihr grundsätzlich die Finger von solchen ja unseriösen Machenschaften am Telefon lassen solltet. Grundsätzlich sollte eigentlich hier immer die Alarmglocke angehen, sobald das Telefon klingelt und da eine unbekannte Telefonnummer im Display steht. Sofern das bei eurem Display angezeigt wird, aber mittlerweile zeigt es ja eigentlich jedes Telefonanhaus, das ist wirklich noch aus dem letzten Jahrhundert. Aber gibt es ja auch noch. Spätestens wenn man die Leute dran hat und man hört, dass da irgendein Gestammel am Telefon ist oder sich das Ganze einfach ziemlich wild anhört, sollte man auflegen. Denn eins ist Fakt, wenn man irgendein Problem hat, das man mit euch lösen möchte, dann würde man euch ja per Post erreichen und nicht erst am Telefon nach eurer Postadresse fragen. Also von daher immer schön die Finger von lassen. Die betrügerische Internetseite Finanzmarktaufsicht.net ist nicht schwer zu verwechseln mit der Webseite der österreichischen Aufsichtsbehörde, also Finanzmarktaufsicht, FMA, also FMA, die unter www.fma.gv.at aufrufbar ist. Also hier wurde quasi das Design und das Logo einfach geklaut und den Namen ein bisschen abgeändert, um, naja, damit die Betrugsmasche dann letztendlich durchzuziehen. Die BaFin bittet alle Verbraucher, derartige Kontaktaufforderungen einfach abzulehnen, also aufzulegen und Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft zu erstatten. Kann man machen, aber wir wissen selbst, was dann eigentlich in der Regel passiert. Wer Zweifel hat, kann sich auch an die BaFin selbst wenden. Das Verbrauchertelefon ist grundsätzlich erstmal kostenfrei unter der Telefonnummer 0800 2100 500 zu erreichen. Ja, wie gesagt, grundsätzlich, man kann sich bei der Polizei melden. Ist nicht verkehrt. Allerdings, naja, aus Erfahrung und Vergangenheit weiß ich, was passiert. Meistens nichts. Grundsätzlich möchte ich aber euch nicht davon abraten, eine Anzeige zu erstatten. Es ist euer gutes Recht und gehört sich eigentlich auch so für jeden Fall. Das Problem ist dabei, ich gehe fast davon aus, dass die Behörden momentan einfach so überlastet sind mit dem ganzen Wahnsinn, der in unserer Welt passiert, dass sie gar keine Zeit dazu haben werden. Und deswegen passiert halt auch gar nicht so viel. Also aktuell, wenn man jetzt mal den Scambeta-Markt so beobachtet, ja, oder die Scammer zumindest beobachtet, aktuell passiert da auf dem Markt so gut wie überhaupt nichts, dass man die Leute bekämpft. Ich meine gut, weiß ich nicht, ich bin nicht dabei. Und wir kriegen als Laie sowieso nicht immer alles gesagt und erst als letztes bekommen wir mit, wenn irgendwo was gewesen ist. Naja, aber die Müllen mahlen in Deutschland ja grundsätzlich leider sehr langsam. Und wenn das Geld erst einmal weg ist, dann ist es weg. Und hier in dem Fall gibt man sich ja als Behörde aus. Und dann kann man natürlich in den Fällen auch Lizenzen da reinschreiben und so tun, als wäre man lizenziert. Das, was natürlich alles nur Verbrecher sind, das ist ganz klar, das brauche ich keinem erzählen. Grundsätzlich, tja, ist das aber wieder eine neue Methode, über die ihr alle informieren solltet, dass, wenn die Finanzaufsichtsbehörde bei irgendjemandem mal durchruft, das kann dann einfach nicht echt sein. Denn die Finanzaufsichtsbehörde, und selbst wenn es die BaFin wäre, würde auf keinen Fall bei euch anrufen. Und auch keine andere Finanzaufsichtsbehörde. Denn, ja, dafür haben die gar keine Kapazitäten und gar keine Zeit. Und das ist auch nicht deren Kernkompetenz, was sie da eigentlich machen sollen. Sicherlich kann man als Verbraucher dort anrufen. Aber andersrum passiert das definitiv auf keinen Fall. Passt auf jeden Fall auf, wenn euch wieder mal irgendeine komische Telefonnummer erreichen möchte. Vor allem ist dabei ganz, ganz oft, oder sollte man ganz oft darauf achten, wenn man dann doch am Telefon ist. Jetzt, was ist das für eine Telefonnummer? Ist das eine deutsche Telefonnummer? Passt die Telefonnummer zu den Aussagen, den die Mitarbeiter treffen, mit denen ihr euch unterhaltet? Also, wenn ihr zum Beispiel sagt, dass er aus Berlin anruft, dass die Nummer auch aus Berlin kommt. Oftmals ist das nicht unbedingt so. Sind es Auslandstelefonnummern? Also, ihr werdet nicht aus Deutschland angerufen, sondern direkt aus dem Ausland. Denn, ja, ist ganz klar, sollte man sowieso die Finger davon lassen. Und grundsätzlich sollte man sich sowieso auf keine Gespräche am Telefon einlassen und auch gar nicht in irgendwelche Gespräche verwickeln lassen. Also, selbst dann, wenn die Betrüger immer wieder versuchen, euch am Telefon zu halten. Legt einfach auf. Oh, du Knöpfchen, gar nicht so schwer. Oder den Hörer direkt zurück in die Halterung. Denn so kann man sich am sichersten schützen. So kann man nichts Falsches gesagt haben. So können die Betrüger nicht irgendwie doch noch an Daten gekommen sein. Ja, und so kann man sich eben logischerweise am besten schützen. Worauf man noch achten kann, ist, ja, letztendlich der Akzent. Spricht da ein Deutscher mit euch? Ist das eine größere Behörde, die angeblich bei euch anruft oder irgendeine Bank? Dann wird da selten jemand mit extrem schlimmem Akzent am Telefon sein. Also, die Person sollte zumindest verständlich zu verstehen sein. Des Weiteren kann man immer ganz gut darauf achten, wenn Musik oder sowas im Hintergrund läuft. Das hat auch urheberrechtliche Probleme oder Konsequenzen, wenn man Musik einfach so am Telefon abspielt, wo man nicht für bezahlt hat. Denn in Deutschland ist dies gebührenpflichtig. Ich meine, gut, klar, ist wieder so eine deutsche Eigenschaft. Unter anderem zumindest. Gibt auch andere Länder, wo das so läuft. Aber bei uns ist es ja besonders krass. Das heißt, Musik am Telefon ist alles andere als seriös. Denn jedes seriöse Callcenter und jede Bank und jede Aufsicht und jede Behörde weiß, dass sich das einfach nicht gehört. Ja, und die arbeiten eben auch so. Also, ohne Musik. Ganz klar. Das ist einfach nur furchtbar. Und, naja, solltet ihr terrorisiert werden, schaltet halt euer Telefon ab. Wenn es möglich ist, blockiert die Rufnummer, insofern die nicht jedes Mal mit einer anderen Telefonnummer anrufen. Das kann man mittlerweile eigentlich bei jedem modernen Smartphone tun. Ansonsten, im Festnetz geht es teilweise auch direkt im Gerät. Wenn das Gerät zu alt ist, dann könnt ihr das in der Regel auch direkt über euren Mobilfunkanbieter tun. Bei der Telekom zum Beispiel. Hierzu muss man eigentlich nur anrufen und die machen das Ganze schon für euch. Das ist natürlich von jedem Anbieter zum Anbieter wieder unterschiedlich, aber zumindest eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen könnte. Ansonsten kann ich euch nur den Tipp geben, wenn ihr wirklich Probleme mit Spam-Anrufen habt. Als Telekom-Kunde zum Beispiel hat man ja drei Festnetztelefonnummern. Davon richtet ihr einfach eine direkt auf einem Anrufbeantworter ein. Es kann ja auch ein Anrufbeantworter sein, der bei euch zu Hause steht. Eure Telefonnummer, also eure private Telefonnummer, gebt ihr nur an Menschen weiter, die ihr vertraut. Familie, Freunde, Verwandte, Bekannte. Nummern für irgendwelche Dienstleister, Behörden, eure Brille ist fertig, keine Ahnung, irgendwie sowas, denen gebt ihr einfach nur eine Telefonnummer, die auf einem Anrufbeantworter landet. Und jeder, der was Wichtiges von euch möchte, der wird wohl in der Lage dazu sein, seine Telefonnummer und sein Anliegen auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Und wenn ihr dann bestimmt, wann ihr die Information haben wollt, ruft ihr den Anrufbeantworter ab und hört einfach durch, wer so alles angerufen hat und kann, ja, dann kann man den ja auch zurückrufen. Wenn der Anrufer seine Rufnummer nicht unterdrückt, kann man in der Regel bei einem Anrufbeantworter sogar direkt durchwählen, ohne die Nummer nochmal selbst tippen zu müssen. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf eine dieser Maschen hereinfällt. Informiert daher sehr gerne alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Doch allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne eure oder meine Videos mit euren Bekannten in sozialen Medien, im Chat oder mit dem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke doch gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch auch die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.